Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich euch gerne einen der einfachsten Wege zeigen, wie ihr online Geld verdienen könnt. Und ich bin mir sicher, dass ich diesbezüglich nicht zu viel verspreche. Es soll nämlich heute mal um ein Produkt gehen, das sie innerhalb von wenigen Minuten erstellen können, wo viele Leute mit richtig viel Geld verdienen und wo viele von euch sicherlich schon bereits alle Tools haben, die benötigt werden, um das Produkt zu erstellen. Worum genau soll es heute gehen? Es soll heute um die Plattform Creative Fabrica gehen und KDP Low Content Keywords. Ihr wisst ja, hier in meinen Videos stelle ich öfter mal interessante Low Content Nischen vor und ich zeige euch alle möglichen Keywords. Ich zeige euch, welche Keywords profitabel sind und welche nicht. Und dreimal dürft ihr raten, was auch angeboten wird über die Plattform Creative Fabrica. Ganz genau, nämlich Keyword Research. Und wenn ihr jetzt hier oben zum Beispiel eingebt, sagen wir mal Keyword KDP oder Keywords KDP, dann werdet ihr alle möglichen Seller finden, die genau das verkaufen. Zum Beispiel 400 Low Competition Keywords oder 200 Low Competition Score Keywords. Dann drunter 40 Great Keywords auf Sketchbook für KDP Publisher und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch vielleicht mal erinnert, so ein Publisher Rocket auf der linken Seite haben wir immer diese ganzen unterschiedlichen Keywords. Und wenn jetzt jemand hier 40 Keywords verkauft, dann verkauft er eigentlich nur eine einzige Suche auf Publisher Rocket. Das heißt, wir geben ein spezifisches Keyword auf Publisher Rocket ein, anschließend dann spuckt es uns alle möglichen Daten aus und wir können das Ganze exportieren als eine Excel-Tabelle. Und diese Excel-Tabelle wird hier tatsächlich angeboten. Ich habe mir mal eines von diesen Produkten hier runtergeladen, weil ich habe nämlich einen Account auf Creative Fabrica und so sieht das Ganze aus. Ich muss natürlich den unteren Teil jetzt mal hier ausblenden, weil wie gesagt, ich darf jetzt nicht das fertige Produkt von den Leuten hier natürlich einfach kostenlos im Internet zeigen. Aber ich werde gleich mit euch einen kleinen Abgleich machen aus diesem Produkt und den Daten, die in Publisher Rocket generiert werden. Und da werdet ihr sehen, wie einfach es tatsächlich ist und dass es exakt die Daten sind, die halt auch mit Publisher Rocket generiert werden. Und deswegen glaube ich, dass die Leute, die hier diese Excel-Tabellen verkaufen, einfach nur die Daten in Publisher Rocket eingeben, anschließend dann die Excel-Tabelle nehmen und die hier über die Plattform verkaufen. Und ihr werdet auch gleich sehen, wie unfassbar gut sich diese Produkte verkaufen. Aber gut, hier haben wir zum Beispiel dann halt stehen, Analyze Keyword Search, Book, Journal, Notebook. Und wir sehen hier anscheinend, wo das Keyword eingeben, Journal, Notebook, Average Pages 95, Average Price 10, Average Monthly Earnings 11.031 und so weiter und so fort. Und hier auch ganz normal dieser Competitive Score. Wenn wir auf diese Nische draufgehen und wir gehen zum Beispiel mal auf eins von diesen Produkten hier drauf, dann werden wir folgendes sehen, nämlich, dass insgesamt schon 329 Leute dieses Produkt zu ihren Favorites hinzugefügt haben. Dieses Produkt hat insgesamt bisher 13 Bewertungen mit einer Durchschnittsbewertung von 4,9 Sternen. Und für die Leute, die vielleicht nicht Creative Fabrica kennen, diese Person hier wird viele, viele hundert, wenn die sogar viele, viele tausend Euro mit diesem einen Produkt hier gemacht haben, weil nämlich es nicht nur auf Creative Fabrica so ist, dass man das Produkt kaufen kann für 3,99, sondern auch, dass man Produkte downloaden kann. Und wenn man zum Beispiel einen Premium Account hat, kann man alle Produkte auf der ganzen Plattform downloaden und jeder Download ist dann für diesen Seller hier etwas Geld. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn alleine 329 Leute das zu den Favorites hinzugefügt haben, dass viele, viele tausend es gedownloadet haben. Und ein Download kann richtig viel Geld hier auf der Plattform wert sein. Das heißt, wie viel kann so ein Produkt hier machen? Ich schätze mal irgendwas zwischen vielleicht 300 bis 1.000 Euro. Und ihr werdet auch gleich sehen, wie unfassbar schnell man so ein Produkt erstellen kann. Weil, sagen wir es mal so, wenn man das Bild hier, das Werbefoto nicht mit reinzählt, kriegt ihr so ein Produkt auf jeden Fall fertig in unter einer Minute. Und wie man das macht, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also das Erste, was ihr dafür braucht, ist dieses Tool hier namens Publisher Rocket. Das kostet einmalig 97 Dollar. Und damit könnt ihr den ganzen Keyword Research machen. Das heißt, damit generieren wir die Daten. Und anschließend dann exportieren wir diese Daten und verkaufen sie praktisch hier über die Plattform. Ich habe euch das Tool mal in der Videobeschreibung drin verlinkt. Das kostet gerade mal 97 Dollar einmalig. Ihr habt auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, falls ihr das Tool nicht mögt, könnt ihr es auch jederzeit wieder zurückgeben. Aber wie gesagt, für 97 Dollar ist das schon ein absoluter Scherz. Also wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie man eigentlich Daten generiert und wie man die exportiert. Sobald ihr euch Publisher Rocket heruntergeladen habt, wird das Ganze so hier aussehen. Ich denke, die meisten von den Leuten, die auf Creative Fabrica solche Daten kaufen wollen, die Daten haben für den englischsprachigen Bereich. Das heißt, ihr müsst hier oben auf den US-Markt draufklicken. Anschließend dann auf Englisch und auf Book draufklicken. Und dann müsst ihr hier auf Keyword Search draufklicken. In meinem Fall würde ich jetzt mal genau das Keyword eingeben, das wir eben gerade gesehen hatten. Ich glaube, der Top-Wert lag bei irgendwie sowas wie 11.000 Dollar in der ersten Nische. Und ich kann nicht jetzt schon mal sagen, das sind exakt dieselben Daten, die auch verkauft werden. Aber nur um es euch mal bis zu einem gewissen Grad zu beweisen, können wir einfach mal diesen Begriff hier eingeben. Nämlich Journal Notebook. Klicken wir dann hier auf Go Get a Rocket. Und anschließend dann werden diese ganzen Daten generiert. Wir müssen dann nur folgendes tun. Nämlich wir müssen hier auf der rechten Seite auf diese kleinen Lupen draufklicken. Und schon werden die Daten generiert. Und hier oben haben wir es. Es ist exakt einfach diese Nische. Average Pages 95. Dann Average Price 10 Dollar. Average Monthly Earnings 11.031. Also exakt das, was ich mir eben gerade auf Creative Fabrica runtergeladen habe. Und jetzt müssen wir einfach nur folgendes tun. Nämlich wir müssen hier auf diese ganzen kleinen Lupen draufklicken. Und dann passiert nur noch folgendes. Nämlich dann gehen wir hier in die rechte obere Ecke. Klicken anschließend auf Export. Und sobald wir das getan haben, können wir hier nun alle Keywords exportieren. Nämlich alle Keywords soll bedeuten, es gibt auch hier unten noch ganz, 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 ganz viele Keywords, die ihr exportieren könnt. Da könnt ihr zum Beispiel auch so ein Bundle verkaufen. Und könnt sagen, hier sind irgendwie 100 Keywords oder was auch immer drin. Obwohl ihr einfach nur hier einmal ein Keyword eingeben habt. Klickt hier oben auf Export drauf. Und klickt dann hier auf Export All. Das würde bedeuten alle Keywords. Und Export Analyze bedeutet nur die Keywords, die wir jetzt gerade hier angeklickt haben, werden exportiert. In meinem Fall würde ich jetzt vielleicht mal hier auf Export Analyze draufklicken. Anschließend dann kann ich mir das Ganze hier abspeichern. Unter zum Beispiel Analyzed Keywords Search. Dann klicke ich hier auf Sichern. Und schon wird diese Datei bei mir auf dem Computer hinterlegt. Und sobald ich das getan habe, kann ich jetzt hier wieder aus dem Tool rausgehen. Kann mir die Datei angucken. Und das wollen wir gleich machen. Wir können auch mal vielleicht ein weiteres Beispiel machen. Sagen wir mal, ich möchte jetzt hier eine andere Nische eingeben. Dann klicke ich einfach hier wieder auf Keywords Search. Gebe dann zum Beispiel sowas ein wie, sagen wir mal, Diet Journal. Anschließend dann gehe ich wieder auf Go Get & Rocket. Und schon generiert er mir diese ganzen Daten. Das ist zum Beispiel jetzt eine etwas kleinere Nische. Und dann, wenn ich halt mit diesen Analysen hier fertig bin, kann ich auch wieder hier oben einfach auf Export draufklicken. Und kann dann diese Daten in Form einer Excel-Tabelle bei mir abspeichern. Und das könnt ihr halt alles hier mit diesem Tool machen. Deswegen, wie gesagt, ich habe euch in der Videobeschreibung einen Link reingetan. Falls ihr euch so ein Business aufbauen möchtet, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Publisher Rocket über meinen Link kaufen könntet. Dann kriege ich eine kleine Provision. Ich benutze es ja auch selbst. Ich verkaufe jetzt übrigens auch selbst diese Daten. Und genau, kann es euch einfach nur als Business-Nische empfehlen. Deswegen nochmal, Link befindet sich in der Videobeschreibung drin. So sieht jetzt übrigens hier diese Excel-Tabelle aus, die ich mir heruntergeladen habe. In meinem Fall habe ich das jetzt geöffnet hier mit Apple Numbers. Und es ist halt praktisch exakt dieselbe Tabelle wie die, die wir uns auch heruntergeladen haben. Und hier sind dann alle Daten, sage ich jetzt mal, alle Daten, die wir eben gerade auch analysiert haben. Zum Beispiel Journal Notebook, Journal Notebook Diary, Journal Notebook for Businesswoman und so weiter und so fort. Und was wir jetzt einfach tun können, ist, ich würde es vielleicht ein bisschen umgestalten, dass ich hier oben vielleicht das Datum rausnehme. Dafür würde ich hier halt irgendwie, sage ich jetzt mal, Keywords hinschreiben, Keywords, Keywords und dann vielleicht Book-Doppelpunkt, Journal Notebook. Und dann kann man natürlich hier auch nochmal ein paar Änderungen dran vornehmen, wenn man das möchte. Aber eigentlich werden die halt exakt so eins zu eins verkauft. Und jetzt müssen wir einfach nur Folgendes tun. Wir müssen das Ganze abspeichern und müssen unseren Shop auf Creative Fabriker erstellen. Und wie man das macht, das schauen wir uns jetzt an. Das Erste, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst euch natürlich einen Account auf der Plattform anlegen. Dazu geht ihr einfach nur hier oben auf Sign Up drauf. Und dann erstellt euch, wie gesagt, einen Account. Da der nächste Schritt ist, sobald ihr einen Account habt, müsst ihr daraus einen Designer-Account machen. Da könnt ihr einfach auf eure Account-Seite draufgehen. Und da steht dann auch direkt, Turn my Account into a Designer-Account. Und was dann Creative Fabriker gerne von euch haben möchte, ist einfach mal ein Überblick über die Produkte, die ihr gerne verkaufen möchtet. Und da würde ich dann einfach nur Folgendes tun. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel solche Daten hier verkaufen möchtet, dann würde ich diese ganzen Daten in Form zum Beispiel von auch diesen Werbefotos und so weiter und so fort, würde ich alle mal in einen Google Drive-Ordner hochladen und würde ihnen einfach einen Link schicken. Würde sagen, hier, das ist einfach mal ein Überblick über meine Produkte. Diese würde ich sehr gerne hier über die Plattform verkaufen. Und mehr ist es dann auch wirklich nicht, was ihr tun müsst. Was die Preisgestaltung angeht, viele von den Leuten, die hier ihre Designs verkaufen, sind gar nicht so darauf angewiesen, dass Leute tatsächlich die Designs dann für 3,99 oder 2,50 oder wie viel auch immer kaufen. Sondern viele Leute, die hier über die Plattform verkaufen, verdienen vor allen Dingen auch durch die Downloads. Weil es gibt halt viele Leute, die diese Subscription hier haben und die dann zum Beispiel halt solch ein Bundle hier kaufen beziehungsweise solch eine Excel-Tabelle kaufen in Form von einfach nur, wie gesagt, dieser Subscription. Das heißt, sie haben dann die Subscription, können sich die Dateien runterladen und dafür wird natürlich dann auch der Seller bezahlt. Übrigens, auch solche Werbefotos hier zu erstellen, ist wirklich nicht sonderlich schwer. Da könnt ihr solche Tools verwenden wie Canva. Die sind komplett kostenfrei. Damit könnt ihr innerhalb von Sekunden so ein Foto hier erstellen. Und was die Beschreibung angeht, klar. Da muss man halt noch ein bisschen eine Arbeit reinstecken, weil jedes Produkt hat natürlich auch eine Beschreibung. Sieht man hier unten. Aber wirklich groß ist die auch nicht wirklich. Und ich denke, da könnt ihr auch ein Template bis zu einem gewissen Grad erstellen. Und könnt zum Beispiel sagen, okay, in diesem Produkt ist immer Folgendes drin. Nämlich zum Beispiel Search Volume oder Average BSA oder was auch immer. In eurem Fall sind es natürlich andere Daten, die ihr dann hier angebt. Und dann würde ich halt nochmal vielleicht ein paar Infos darüber geben, wie das Ganze verwendet werden kann. Oder welches Ziel man damit verfolgen könnte. Zum Beispiel in diesem Fall ist es ja für Amazon KDP. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel dann KDP Keywords hinschreiben mit Low Competition und so weiter und so fort. Und genau, hier unten sehen wir dann übrigens auch die Verified Purchaser. Das heißt, sind alles hier Leute, die tatsächlich diese Produkte gekauft haben. Das heißt, wir sehen auch hier wieder, diese Produkte sind tatsächlich sehr, sehr beliebt. Viele Leute wollen die kaufen. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist halt wie gesagt Publisher Rocket. Genau, wie gesagt, das war es dann heute hier für dieses Video. Ich wollte euch einfach mal nur diese kleine Nische hier zeigen. Es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Nische, wo man mit sehr, sehr wenig Aufwand sehr viel Geld verdienen kann. Ihr müsst einfach nur die Excel-Datei exportieren, müsst sie hochladen, erstellt ein kleines Foto, kleine Beschreibung. Fertig ist das Ganze, ein Account erstellen auf der Plattform. Wie gesagt, diesen Store-Account und dann könnt ihr halt schon direkt loslegen und Einnahmen erzielen. Das Schöne ist auch, dass Creative Fabric eine Plattform ist, die wirklich sehr, sehr viel besucht wird, wo es viele Leute gibt, die gutes Geld über die Plattform verdienen. Und ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ihr das Ganze nicht machen solltet. Gerade, wenn ihr schon Publisher Rocket habt und für euer eigenes KDP-Low-Content-Business, sagt jetzt mal, Keywords generiert, dann verkauft auch auf jeden Fall eure Keywords nochmal hier über die Plattform. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gut, das war es dann heute hier wieder für dieses Video. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Publisher Rocket über meinen Link kaufen könntet. Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung drin. Ich danke euch nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.